Willkommen zurück bei The Legend of Zelda A Link to the Past, eine Verbindung zur Vergangenheit. In der letzten Folge haben wir ja begonnen mit dem pinkfarbenhaarigen Link, hier Hyrule zu erkunden bzw. Zelda aus dem Gefängnis zu befreien, der der böse Aganim sie eingesperrt hat. Jetzt haben wir das Meisterschwert quasi einsammeln oder finden und dazu muss man einen alten Mann im Dorf befragen, Dorf Ältesten. Und da gehen wir jetzt hin. Ja, Zelda Musik. Na komm, da ist das Tor. Oh, eine Fee. Die waren sowieso schon voll aufgewertet. Jetzt gucken wir erstmal, bevor wir uns der Wache nähern, gucken wir auf die Karte, wo wir hin müssen. Darüber, ne? Wo es Kreuz ist, muss man hin. Dorf Kakariko. Und da sind Hühner, berühmten Zelda-Hühner, die man fangen kann. Und wo sind wir hier? Ich sehe, du hast bestimmt ein interessantes Schicksal. Lass mich in die Zukunft sehen. Das wird auch nicht teuer. Na gut, dann schau mal. Was kostet es denn? Ich sehe, ich sehe. Du wirst Zahra, Zahra, den Dorf Ältesten finden. Das kostet sich 30 Rubine. Hier noch ein wenig frische Energie. So schnell ist das Geld wieder alle. Da müssen wir noch ein bisschen. Rubine suchen. Unser schönes Geld. Gut, einer. Noch einer. Hier ist nix. Die kommen nicht zu uns. Das ist gut. Nein, wir gehen weiter. Aber der einzelne Busch? Ne. Wird ja sein können. So, Kakariko, wir kommen. Gesucht. Link, der Entführer von Zelda. Schlagen Sie Alarm. Oh. Gemein. Oh, hier ist eine alte Frau. Sieht nicht aus wie der Weiße, oder? Der Älteste. Ach, sieh da, Link. Was wirst du denn von einer alten Frau wie mir? Wie? Der Dorf Älteste? Oh. Es ist so traurig. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit der Zauberer begann, nach Opfern zu suchen. Was? Das Masterschwert? An die Einzelheiten kann ich mich nicht mehr erinnern, aber vor langer, langer Zeit soll das Volk der Hylia in diesem Land gewohnt haben. Die Legende erzählt, die Hylianer versteckten damals hier erstaunliche Schätze. Einer davon soll das Masterschwert sein. Es wurde speziell gefertigt, um gegen böse, magische Wesen anzukämpfen. Soweit ich mich erinnern kann, soll es noch heute im tiefsten Innern des Waldes ruhen. Mehr weiß ich nicht. Verstehst du die Legende? Ja, schon. Suche den Dorf Ältesten. Irgendjemand im Dorf muss doch wissen, wo er ist. Ja, das wäre... Hast du Rubine unter deinen Töpfen? Nee. Ach, hier geht es noch mal seitlich rüber. Ist hier was im Bücherregal? Nee. Ding. Und hier? Wer bist du? Oha, Link! Dieses Haus war früher das Versteck einer Diebesbande. Der Name des Anführers? Ach ja, blind hieß er. Und haste grelles Licht über alles. Gibt es doch bestimmt irgendwo... Ah, da kann man ja in den Keller gehen, ne? Aber ich glaube, da braucht man erst noch Items dazu, um den zu finden. Ah, ein Schieberätsel. Ein Schieberätsel. Hm, hm, hm. Also, den kann ich nach unten schieben, und den zur Seite. Erstmal kurz schauen. Also den nach unten, den zur Seite, und jetzt kann ich die aufmachen. Na gut, so kommen wir an Geld. Aber jetzt wird es schwierig. Nochmal hoch, nochmal neu starten, das Ding. Versteckter Diebesbande, so. Ich müsste ja irgendwie hier in die Mitte reinkommen, ne? Ich kann immer nur an den Block immer nur eins weiter schieben. Susanoo Kanzler So, genau. Den auch. Und den auch. Na, da haben wir doch ganz schön abgesagt. Da haben wir wieder 99. Ich glaube, wir brauchen größere Taschen, um mehr Geld tragen zu können. So. Hast du mir noch was anderes zu sagen jetzt? Oh, Herr Link, dieses Haus war früher... Achso, das wissen wir ja. So. Na gut, hier haben wir Geld. Gesammelt. So, irgendjemand im Dorf was zu wissen. Gesucht, Link. Ja. Hier ist eine Höhle. Hier kommt man aktuell nicht weiter. Aber man kann sich, glaube ich, da runterfallen lassen. Aber ich bin im Zweifel, ob man wirklich mehr Gold tragen kann, als er jetzt gerade hat. Deswegen muss ich hier nicht alles leer räumen. So, ist hier jemand? Ein Huhn? So. Alarm, wache, hier ist der gesuchte Link. Wache, kommt schnell. Ich bin's wohl. Jetzt hab ich 100. Also ich kann doch mehr als 99 tragen. Ich bin's wohl. So. Die Wachen haben mich noch nicht gesehen. Ah, da kommen sie schon. Link, ich hab gehört, du sollst die Prinzessin entführt haben. Aber ich kann's einfach nicht glauben. Glaub's nicht. Bleib du stehen. Hier sind auch ein Haufen Hühner. Auch wieder einer unter dem Topf. Ein Huhn. Ach, hier ist wieder so eine brüchige Wand. Die krieg ich aber ohne Bombenmodul. Das finde ich erst später. Ach, was heißt Modul? Ist ja kein Modul. Das sind ja nicht in Breath of the Wild. Bleib stehen. Ich tu dir doch gar nichts. Na, reden wir mit dem hier unten. Hallihallo, Link. Der Dorfälteste. Ich darf es zwar niemandem verraten. Sag es keinem Bösen weiter. Aber er versteckt sich im Palais nahe des Ostpalastes. Ich zeichne es dir auf deiner Karte ein. Also, hier bist du jetzt. Und da musst du hin. Na schön, haben wir's doch. Gucken wir trotzdem nochmal hier überall, ob wir noch was nützlich ist. Nimm dir, was du willst. Die Preise stehen dran. Drücke den A-Knopf. Was ist das? Ach, hier Bomben. Schönen Dank. Die Bomben kannst du hochheben. Drücke dazu A-Knopf. Was ist das? Geht beim besten Willen nicht. Du brauchst eine leere Flasche, wenn du bei mir was kaufst. Leere Flaschen. Ach ja, das ist diese Sache, die man immer brauchen kann. Leere Flaschen. Auch um Feen einzusammeln später. Die einem eine zweite Chance geben. Wenn man mal nicht mehr kann. So, wer bist du? Mein Sohn hat sehr gerne Flöte gespielt. Doch das ist lange her. Er zog aus, die goldene Macht zu suchen. Und kam nie mehr zurück. Er weiß schon, wo er ist. Und was er macht. Den finden wir schon noch, den Sohn. Die hübsche. Ja, die habe ich gesehen. Sehr hübsch. Die Frau. Wohnt am Wasserfall der Wünsche. Da bei den Hügeln. Und der Flussquelle. Du musst du dir eingucken. Die wirst du mögen. Hübsch. Okay. Hübsch. So. Hier geht es wieder raus. So, und du? Grüß dich, Link. Ist nicht leicht, hier reinzukommen. So sei willkommen. Endlich habe ich jemanden, der mir zuhört. Ich kenne eine interessante Geschichte. Bei der Flussquelle gibt es einen See, in dem jede Menge Zoras leben. Schwer zu finden. Aber der Schatz der Zoras soll wirklich... Das müsste man sich mal ansehen, nicht? Ja, müsste mal. Viele Informationen gibt es heute. Von vielen Leuten. Oh, da schläft einer. Hey, du. Keuch, hust, mein Freund. Hast du keine Flasche, um ein Insekt aufzubewahren? Nee, aktuell nicht. Ich baue irgendwoher eine Flasche, glaube ich. Wie kann ich den fangen? Das weiß ich nicht mehr. Flaschen, schöne Flaschen. Haben der Herr schon eine meiner Flaschen? Nein, so drehen Sie näher. Mein Angebot wird Ihnen sicher gefallen. Hier hätte ich ein ganz besonders schönes Exemplar. 100 Rubine. Was sagen Sie, interessiert? Ja, ich nehme Sie. So, kein Geld in der Tasche. Pech für Sie. Kommen Sie wieder, wenn Sie Geld haben. Okay. Dann gucke ich jetzt doch mal... ...und lass mich mal hier runterfallen. ...und lass mich mal hier runterfallen. Oh. Mehr Bomben kann ich nicht tragen. Mist. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir das Geld gespart. Ah, und jetzt kann ich mir eine Flasche kaufen. Hier waren nur Herzen drin, ne? Ja. Gehen wir wieder auf den Marktplatz. Und dann kaufen wir dem eine Flasche ab. So. Ja, ich nehme Sie. Ich danke für Ihren Einkauf. Halten Sie Sie ruhig hoch. Beehren Sie mich bald wieder. Halten Sie mal hoch. Eine magische Flasche. Daran kannst du Verschiedenes aufbewahren. Für später. Gehen wir zu dem, der da... Der Vogel wird später auch noch wichtig. Ähm. Wer bist du? Äh. Alarmwache. Hier ist der gesuchte Link. Wache, kommt schnell. Ach, Mensch. Wo war denn der Typ im Bett? Ah, hier war doch der. Jetzt guckt er. Ist aufgewacht. Keu, ich hole es. Tut mir leid, aber ich kann nicht aus dem Haus, weil ich krank bin. Von der Kälte des Bösen, die aus den Bergen kommt, bin ich muhlkrank geworden. Hier mein Schmetterlingsnetz. Ich kann es im Moment sowieso nicht gebrauchen. Prost. Ha. Das Schmetterlingsnetz hast du dir geliehen. Damit lässt sich so manches einfangen. Okay. Haben wir Schmetterlingsnetz. Das Schmetterlingsnetz. Ihn kann ich bestimmt später nochmal. Waren wir hier schon drin? Ah ja. Ich hatte mir das gekauft. Bomben. Ach so. Zum Thema Bomben. War dann hier auch noch irgendwo was? Ja, beim ersten Haus, ne? Beim ersten Haus, wo wir drin waren. Oder? Gab es hier nicht so eine brüchige Wand? Ne. Dachte. Hier war auch nichts. Brüchiges. Na ja. Kommen wir halt später nochmal wieder. Ja. Ah, hier war auch eine brüchige Wand. Genau. Jetzt müssen wir mal die ausrüsten. Jetzt haben wir ja schon ganz schön viel. Bomben. Pfeile, zehn Stück. Aha. Braucht man nur noch einen Bogen, dann könnten wir sie auch abschießen. Okay. Na gut, dann machen wir uns jetzt weiter auf den Weg. Und wir rüsten aus. Und bummerang. Oder das Schmetterlingsnetz. Erstmal schauen wir mal auf der Karte. Wo wir hin sollen. Ganz da rüber. Also einmal querfeldein. Das sieht man ja auch, einige Häuser haben wir noch nicht gesehen. Da gucken wir noch mal da rein. Ja, hat man geguckt, aber hier unten gibt es noch was. Oh, die Bibliothek. Und da sieht man schon, da ist ein Buch. Aber das ist auch wie ein Links Erwägening. Ein Buch auf dem Bücherregal kann man nur runterholen, indem man dagegen rennt und da noch nicht rennen kann. Müssen wir das später machen. Das Haus gibt es auch komplett. Das wird nur durch die 16 zu 900 Geschichte. Ah. Ja. So, was will er denn? Äh. Halte das. Ich hatte meinen Bruder einen Riesenstreit, deshalb habe ich seine Tiere zugemauert. Nicht doch. Ähm. Dann doch wieder die Bomben nehmen. So, hier ist der Bruder. Wo habt ihr euch denn gestritten? Und Link, was sagt mein großer Bruder? Ist der noch sauer auf mich? Bist du noch sauer auf den? Na gut, die Tür ist wieder offen. Da werde ich mich mit meinem Bruder vertragen. Er will sich vertragen, hat er gesagt. Und. Nein, ist er nicht. So, ich gehe jetzt mal hier durch. Wenn es dir gelingt, das Tier in 15 Sekunden zu erreichen, winkt dir ein toller Preis. Achtung, fertig, los. Ah. Kriegt man einen Herzcontainerteil. Aber das schaffe ich natürlich nicht in 15 Sekunden. Aktuell zumindest. So, jetzt müssen wir hier seitlich gehen. Was ist das? Kleines Spielchen-Gefächt. 20 Rubinen und du kannst eine Truhe eröffnen. Ne, das will ich gerade nicht. Nicht für mich. Kann man nichts machen. Komm zurück, wenn du genug Rubinen in der Tasche hast. Ja. In einer ist mehr, in der anderen ist weniger Geld. Hier, das ist ein Fehler von. What? So. Ja, ich wollte es eigentlich nicht. Ich müsste Bonnen wieder wegpacken. Das ist Verschwendung. Okay, wir hatten ja einen gesuchter Flöte spielt. Also hier befindet er sich schon mal. Zumindest ein Abbild von ihm. Muss man es auch merken. Hey. Gut, wir sind wieder voll. Kurz gucken, wo wir hin müssen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Gleich sind wir wieder bei unserem Zuhause. Genau, unser Haus. Genau, unser Haus. Okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Jetzt müssen wir uns doch mal ein Herz suchen. Da ist eine Höhle. Sehr gut, ich werde dir Erholung verschaffen, schließ deine Augen und entspann dich. Eine Fee, sehr gut, was haben wir jetzt gebraucht? So, wo müssen wir noch mal hin? Na, irgendwie immer weiter hoch, ne? Scheint schon der richtige Weg zu sein. Das scheint nicht der richtige Weg zu sein. So, wir kommen in da hoch. Und da ist er der Gude, denke ich. Richtig, ich bin Sahaschrala, der Dorfälteste und ein Nachkomme der sieben Weisen. Ist das wirklich wahr? So, so, ich bin überrascht, dass ein junger Mann wie du nach dem Bannschwert des Bösen sucht. Nicht jeder kann diese Waffe benutzen, die Legende berichtet, dass nur jener Held das Schwert führen kann, der drei mächtige Dämonen besiegt und die drei Amulette erringt. Ist dir bewusst, was das für dich bedeutet? Bist du bereit dazu? Äh, selbstverständlich. Gut, dann versuche das Amulett des Wutes aus diesem Palast zu holen. Wenn du es mir bringen kannst, werde ich dir mehr von der Legende erzählen und dich eine magische Kunst lehren. Geh jetzt zum Palast. Hier kann man Bomben verwenden. Sehen, wo es hier hingeht. Okay. Truhe. Truhe 1. Sind einige Bomben. 50 Geld. Nochmal 50 Geld. Gut, das hat sich gelohnt. So. Jetzt gucken wir nochmal auf die Karte. Irgendwie da hoch müssen wir das Amulett holen. Gut. Gut. Also wieder einmal rum. Rüber. Hier geht es nicht weiter. Wir sehen, ob wir ihn austricksen können. Ausmanövrieren sozusagen. So. So, da müssen wir hoch. Da müssen wir rein. Das ist wahrscheinlich schnell genug durch. So. Und hinein. Okay. Und somit befinden wir uns im Tempel. Ja. Und wie es hier weiter geht, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Und das Amulett erringen. Bis dahin sage ich Tschüss. Macht's gut. Euer Astronir. Tschüssi. Tschüssi. Ciao. Tschüssi. Schöne.